Ich bin ja auch ein Fan. So, mein lieber Kondor. So, Sarah. Wollen wir Milter? Oder lieber mich? Oder lieber hier so? Oder zum Shelter? Also mir ist egal, wir können auch noch Milter. Oder dahin. Geh mal dahin. Shelter war ich? Okay. Shelter ist dieser Bunker halt. Da waren wir doch auch schon mal. Ah. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, Junge. Also ich habe mich mit dem Verox angewöhnt, tatsächlich erstmal in diesen kleinen Hütchen anzufangen. Weil ich halt so oft eine VSS da gefunden habe. Und ich liebe die VSS. Ja, die mag ich auch, die VSS. Die finde ich auch gut. Ja? Mhm. Und die ist meistens in diesen kleinen Hütchen. Meistens ist sie wirklich da. Okay. Ja, zu zweit geht es ja auch in den kleinen Hütten. Aber im Vierer-Team ist es halt wirklich eng, so vom Loot her. Aber meistens zwei Leute, so gut wie nix. Hm. Geh ich da hin? Ja, ich versuche da rein zu gehen. Also wenn ich Solo spiele oder so, springe ich eigentlich nur an den Hauptpunkten ab. Also Gefängnis. Echt? Schule, ja. Ah, ich backe. Ich, ich hab einen Kuchen. Ah, siehst du wohl sehr schön. Guck mal, nehmen wir den Helm. Und die Mikro. Und die Schrotze. Und das und das. Und das und das. Ey. So. Oh, eine Karabine habe ich gefunden. Ne. Doch. Ernsthaft. Wollte nur noch einen Sucher für, dann ist es gut. Kann ich die schon wählen? Kann ich die? Ja, okay. Wenn kurz weg nicht bewegen, machen wir. Okay, kurz stehenbleiben. Jetzt mal hier im Gamechat sagen, Moment, wir müssen kurz stehenbleiben, bitte nicht auf uns schießen. Hast du den Ton an vom In-Game-Chat? Nein, ich hab nur Team-Only. Ah, okay. Ich hab das manchmal an. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Aufnahme erzählt habe. Aber ich war in der Sonne-Runde. Mhm. Und, ähm, da wollte mich jemand erschießen. Und ich hab gesagt, nein, bitte nicht. Das hat er auch nicht gemacht. Und dann sind wir zusammen. Ein Stück gelaufen. Und dann hast du wieder erschossen. Hörst du dich gerade. Ne, ich wurde erschossen. Und wir waren ja nicht in einem Team. Und deswegen konnte er mich auch nicht aufheben. Mhm. Es war schon okay. Das darf man eigentlich auch nicht im Solo noch. Ja. Aber das war sowieso voll die Nub-Runde. Das war einer der ersten Runden. Und insofern... Da hab ich ja sowieso noch nichts gerissen. Ich glaub, ich hab da nicht mal jemanden... ...ähm, betroffen. Mhm. So. Das könnten wir auch mal versuchen. Du stellst dich hier... Machen wir doch wieder so eine Nacktrunde nachher. Dann stellst du dich nackt an die Straße irgendwo. Und rufst im Chat, hello, I'm friendly. Please pick me up. Oder so. Und ich warte hinten dran im Busch. Und rasier sie alle weg. Das könnten wir mal testen. Ja. Ja, ja. Ähm. Können wir gerne mal versuchen. Aber du machst das. Okay. Ich stell mich nackt hin, aber ich glaub, da hält keiner an. Die überfahren mich höchstens direkt, wenn sie mich dann nackt sehen. Ja. Jetzt musst du... Jetzt musst du den Zuschauern auch erklären, was, äh, Team Newt ist. Team Newt? Team Newt. Ich soll das... Ich soll das erklären? Ach so, Team Newt. Ach, jetzt. Ich hab dich verstanden. Team Newt, genau. Ja. Vielleicht seht ihr das ja nachher noch. Willst du nicht spoilern? Ihr könnt auch alternativ unsere Videos anschauen, die wir bisher so gedreht haben. Und hochgeladen haben auf unseren Kanälen. Dann wisst ihr's auch. Du redest gerade von Team Newt. Und dann guckst du dir die Videos an, die wir zusammen gedreht haben. Ah, schön. Condor. Ja. Ist doch so, oder? Nein, also wir spielen eigentlich meistens nackt, weil uns das bis jetzt immer Glück gebracht hat. Ja, ich meinte natürlich die PUBG-Videos, ne? Also nicht, dass es so jetzt ins Verständnis geht. Die anderen haben wir nicht hochgeladen. Von denen haben wir jetzt nicht geredet. Okay, alles klar. Jetzt komm ich vor lauter Scham nicht mehr hier hoch. Ja. So. Oh, wo müssen wir denn hin? Ah ja, okay, guck mal. Wir sind nicht so weit. Vor der Sohn. Ja, wollen wir move'n? Ja. Frauen und Kinder zuerst. Ja, falls ich heute des Öfteren mal husten muss oder so, tut's mir leid, aber ich hab echt momentan so ein bisschen Reizauer. Ja, das gilt für mich auch. Ja, du bist ja auch noch ein bisschen erkältet, ne? Aber mir hat das auch nichts gebracht, wenn ich das bei meinen Videos gesagt hab. Sorry, wenn ich husten muss oder so. Ich hab dann trotzdem so nette Kommentare und das Video gekriegt von wegen so, hör mal auf zu rotzen und zu kottern und so. Also es tut mir echt leid. Echt? Ja. Völliges Unverständnis. Ich versuche das ja auch zu unterdrücken oder mich zu muten halt, bevor ich husten muss. Aber das schaffe ich halt nicht immer. Insofern sei es mir verziehen. Das kannst du auch nicht. Ja. Also hier, ja. Die Menschen, die hier zuschauen, die sind alle immer so super lieb und haben so viel Verständnis. Die werden auch für unsere leichte Erkältung Verständnis haben. Hoffe ich. Ja, wenn ich wollte grad sagen, wenn du das sagst, glaub ich dir das mal. Doch, ich denke schon. Oh, da ist ne Umb. Wir alle kränkeln ja mal. Du willst bestimmt ne Umb haben, oder? Ja, ich hätt voll gerne ne Umb. Da liegt zufällig einer. Da drin? Ja. Oh, wie schön. Weißt du, andere Frauen freuen sich über Schminke oder sonst irgendwas. Ich freu mich über ne Umb. Ja, teure Geschenke halt. Ja. Sag mal jetzt einfach, das war jetzt ein teures Geschenk, die Umb. Haar. So. So, hier ist doch auch mal ne Waffe jetzt. Das war nur ne M16, aber da bin ich zufrieden. Ja, M16 hast du schon, ne? Ja. Hab ich. So. Ich schau noch mal kurz in dieses komische Gebäude rein und dann... Wo ist denn die Zone? Ah, wir haben noch Zeit. Sehr schön. Oh, das ist noch ein erster Hilfe-Koffer, den haben wir übersehen. Habe ich ne Beste an? Nein. Wie sieht's heilmitteltechnisch bei dir aus? Ja, könnte besser sein und zwar... Moment, ich schau noch mal kurz hier rein. Brauchst du was? Nee, ich wollte nur fragen, weil dann hätte ich noch was abgeben können. Ich hab einen Koffer, 20 Verbände, ein Schmerzmittel und zwei Energy Drinks. Okay, dann hast du mehr als ich. Dann passt das schon. Soll ich dir was abgeben? Nee, ich hab auch genug auf jeden Fall. Ich meine, ich frage immer ganz gerne, was du gefunden hast, dann kann man halt wenigstens halbe halbe machen. Ansonsten, wenn du angeschlossen wirst, dann hast du nichts dabei zum Heilen, ist halt blöd. Ja, das stimmt. Ich weiß, was du meinst. So. Hier ist niemand. Das ist schon mal gut. Hi Alexander, schön, dass du wieder da bist. Du hast auch nichts verpasst. Wir haben bis jetzt nur gelootet. Wollen wir hier und dann uns so ein bisschen nach vorne kämpfen? Okay. Ja? Machen wir ja. Okay. Also, wenn ich im Solo spiele, sorry? Wenn ich im Solo spiele, dann habe ich immer so die, dann habe ich immer so die Strategie, dass ich irgendwo abspringe, wo viel los ist, wo es viel Loot gibt. Und wenn ich das dann überstehe, dann halt so schnell wie möglich ein Auto schnappen und in die Mitte von dem großen Kreis fahren. Weil dann hast du danach das Problem mit dem Rennen nicht mehr so. So, sorry. Was hat der Alexander gesagt? Was buggt? Der Alexander wollte sein Profilbild ändern, aber sagt, es buggt. Tatsächlich wollte ich vorhin auch was machen und es ging nicht. Es kann sein, dass YouTube vielleicht heute wieder buggt. Kann das sein? Ja, ja. Ich glaube auch. Ich hatte heute beim Hochladen von Videos, konnte ich die Thumbnails nicht hochladen. Am Anfang musste ich drei, vier Mal versuchen. Ah, siehst du. Okay. Ich habe das tatsächlich ich weiß jetzt nicht, mehrere Freitage gehabt. Da ging so einiges nicht. Gut, vielleicht Überlastung. Es ist heute Freitag der 13. Ich tippe drauf, dass die am Wochenende halt einfach mehr Load haben als sonst. Ja, das glaube ich auch. Und das war vielleicht halt ein bisschen an die Schmerzgrenze stoßen. Das Problem beim Regen ist, muss ich gerade mal ganz kurz einwerfen, ich höre nichts. Ich höre ja sonst auch nichts, aber ach so, die steht da einfach nur. Jetzt höre ich wirklich gar nichts. Äh, ja. Das liegt aber nicht an dir. Kann ich dir, kann ich dich beruhigen. Hörst du auch nichts? Nein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir auch. Wenn du den Energy trinkst, bist du schneller. Ja. Das würde ich auch gerne ausnutzen, aber noch nicht. Aber ich glaube, tatsächlich... Möchtest du die haben? Dann würde ich dir die Scar geben. Äh. Möchtest du die Scar nehmen, dann würde ich dir die geben? Ja. Gerne. Ja. Okay. Ich habe hier sogar noch mehr im 16. Dann für dich. Muni hole ich mal ein, so den Locker, dann habe ich genug. Du kannst gerne auch noch, ich habe jetzt 120, du kannst gerne auch noch das andere nehmen. Ich habe ja noch die andere Waffe, das passt schon. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Ich gehe mal nach oben. Hier stehen zwei Energy Drinks, die kannst du dir gerne gönnen. Ach, müsste. Jetzt habe ich aber mein einziges Holovisier, das ich hatte. Mit weggeschmissen. Ich habe noch gar keins. Fällt mir gerade auf. Ich habe auch nur ein Holo, also nichts Tolles. Hier lag auch nichts mehr, ne? Gegendverkehr hier. Ja. Das war's, ne? Oder war hier noch was? Genau, das war's. Da hinten ist noch ein Haus. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Ich höre ein Auto. Oh ja, ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n. Hinter dem Haus. Ist das der einzige? Oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist. Da ist noch einer. Ich muss einmal kurz... Nein, ich muss einmal kurz... Einen habe ich ausgenockt. Okay. Komm mal am besten hier rum, weil der ist irgendwo vorne. Nein, 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 nein. Mist. Nein, nein, lass mich. Nein, oh. Oh Mann. Ist der im Haus drin? Nee, da ist er. Genau, da hinter der Ecke ist der. Habst du beide. Habst du dir auch. Ach, nö. Sarah. Mach nichts. Mach nichts. Wir feuern dich jetzt an. Chat, los. Feuert Condor an. Aber ich glaube, ich nehme mal wirklich... Ich glaube, ich nehme mal wirklich auch noch die andere M16 und schmeiße die Karabiner weg, weil ich habe eh kein Visier dafür. So. Ach, Menno. Sarah. Du bist jetzt gerade am Rand der Zone, ne? Ja. Genau. Am besten ein bisschen weiter vorstürmen. Das Motorrad. Nice. Soll ich Motorrad fahren? Wollt ihr das sehen? Ja, warum nicht? Ja. Natürlich. Und jetzt musst du so einen coolen Wheelie oder so machen. Oh ja, ein Salto da hinten am Hügel, oder? Ich weiß aber nicht, ob ich das überstehe. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Geh kein Risiko ein. Du holst... Breche mich. Schade. Oh. Echt gestorben jetzt? Ach, ne. Oh, shit. Gut. Oh, nein. Aber zumindest habe ich mal den Baum von innen gesehen. Immerhin. Oh, nein.